Die taiwanische Theaterlegende Lin Huimin will 2019 in Rente gehen. Lin, der Gründer und Direktor der erfolgreichen Tanztheatergruppe Cloudgate, teilte dies der Öffentlichkeit am gestrigen Donnerstag mit. Sein Nachfolger wäre Cheng Zonglong, dem Lin Energie und Enthusiasmus zuschreibt. Lin betonte gegenüber der Presse, dass er die Tanzgruppe aber noch zwei Jahre lang leiten werde. Langfristig soll er die Tanztheatergruppe jedoch jünger werden, um auch ein jüngeres Publikum anzusprechen, so Lin. Die Gruppe Cloudgate feiert nächstes Jahr ihr 45. Jubiläum und produziert eigene Produktionen, die immer einen Bezug zum typischen Leben auf Taiwan aufweisen. Direktor Lin bedankte sich für die Unterstützung des taiwanischen Publikums, das den Erfolg der Theatergruppe möglich gemacht habe. Lin ist der Sohn des früheren Innenministers Lin Jinchang und gründete die Tanztheatergruppe im Jahr 1973. Er war als Tänzer und Choreograf tätig und schrieb viele Stücke für das Tanztheater. Für Radio Taiwan International berichtete Joachim Horschitz.